Servus liebe Zuschauer bei LöwenTV, herzlich willkommen zur Auslosung von unserem Legendenspiel. Im Namen von unserem Hauptsponsor Die Balgische und FUPA und natürlich dem TSV 1860 München. Freuen wir uns ganz herzlich, dass ihr dabei seid. Und der erste Gruß an unsere Losfee heute, der König von Giersing ist da. Sehr schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Carsten Wettberg. Selbstverständlich ist das und servus liebe Löwen. Es geht ja um ein Legendenspiel. Wir werden gleich ein bisschen darauf eingehen. Du bist ja der Trainer unserer Legendenmannschaft, deswegen passt es wunderbar. Ja, insgesamt 20 Mannschaften sind in unseren Lostopf gewandert. Es waren aber viel, viel mehr Anmeldungen. Vielen Dank dafür. Es waren wirklich unglaublich viele. Wir mussten eine kleine Vorauswahl treffen. Insgesamt haben wir jetzt 20 Mannschaften dabei. Und daraus werden insgesamt jetzt 10 Gewinner ermittelt. Ich muss aber gleich sagen, zwei Gewinner haben von uns eine Wildcard bekommen. Die haben sich etwas ganz Besonderes überlegt oder da gibt es einen ganz besonderen Anlass dafür. Deswegen werden wir gleich zusammen acht Vereine ziehen. Die 20 Vereine, die hier im Pod sind, in unserem Lostopf, die seht ihr jetzt. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los, oder? Du ziehst einmal den ersten Gewinner. Insgesamt werden wir acht Vereine jetzt ziehen. Und dann schauen wir mal, du liest selber vor. Der FSV Dirlewang. Der FSV Dirlewang ist unser erster Verein. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid einer von zehn, die die Chance haben auf unser Legendenspiel. Wunderbar, dann nehme ich das mal und fürhör mal Buch. Du darfst den zweiten ziehen noch. Wir haben vorher schon gut durchgemischt. Und schauen wir mal, wo die Reise sind. Das ist der ST Scheyern. Sehr gern. Sehr schön. Der ST Scheyern, auch an euch. Herzlichen Glückwunsch. Wir schauen mal, wer der Dritte ist, oder? Wo die Reise für euch hingeht. Du musst ja auch mitfahren. Du bist ja unser Coach an der Seitenlinie von unseren Löwenlegenden. Und ich sprühe mich da. Das ist der TSG Postmünster. Sehr schön. Auch an euch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. TSG Postmünster, auch in der Endausscheidung mit dabei. Der TSV Bayerbach. TSV Bayerbach. Kennst du den zufällig? Ja, zusammen in Niederbayern. Wunderbar. Genau, jetzt haben wir schon die Hälfte. Vier. Und vier brauchen wir bitte noch. Wir sind sehr gespannt, wo unsere Löwenlegenden hinfahren. Es sind ja auch diesmal wieder tolle Namen dabei. Der SV Willenbach. Der SV Willenbach, den kenne ich jetzt nicht. Wirst du aus dem Regierungsbezirk? Nein. Einen herzlichen Glückwunsch nach Willenbach. Ihr seid auf jeden Fall in der Endausscheidung. Genau. Den nächsten kenne ich wieder. Kennen wir auch. Jetzt haben wir wieder Niederbayern, TSV Rottal Münster. Unser sechster Verein ist der TSV Rottal Münster. Glückwunsch an euch. Zwei brauchen wir noch. Und dann erklären wir auch gleich, wer Verein 9 und 10 ist und warum das so ist. Ah, der FC Wallersdorf, Niederbayern. Also ich glaube, wir haben eine große Chance, dass wir nach Niederbayern fahren, oder? Ich bin ja Niederbäuer. Aber es soll keiner sagen, wir haben das extra so gelegt. Du darfst natürlich auch in die Oberpfalz fahren, das wissen wir nicht. Oh weh. Den kennen wir. Jetzt haben wir die Spielvereinigung Thalkirchen, aha. Jawohl. Und auch die Spielvereinigung Thalkirchen, aha, ist noch mit dabei. So, wir haben acht Mannschaften und haben ja gesagt, insgesamt zehn sind im Pott. Eine Mannschaft hat von uns quasi eine Wildcard bekommen und zwar war es der einzige Bewerber, der ein Video eingesendet hat und da haben wir uns gedacht, das wollen wir ganz gern belohnen und das Video schauen wir uns kurz gemeinsam an. Das war ein Herzschluss, wenn die Setzker mal wieder in der zweiten oder in der ersten Liga abzulegen. Wollt ihr, dass wir von mir aus? So, ich habe vorgefahren, auswärts gefahren. Hast du da noch was? Unglauben einmal, ja, die riecht sogar eh einmal wieder in Brot her, damit ich nochmal wieder ordentlich ausstelle. Meinst du, Herr Hafer, die Tächster, was kommen? Das kommen halt doch nicht, oder? So, die Gegenspiel. So, ich muss mir das an die Oberpfalz rechen, da. Ey, ich trinke noch mal. Ich habe kaputt die Tächster, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Die wollen wir uns eigentlich gar nicht anschauen, gell? Die wollen wir uns gar nicht anschauen, gell? Nein, ich. Ich habe nicht zu weit, ich habe da Teilen, muss ich sagen. Ich kann es nicht mehr anschauen. Man muss nicht gleich rum. Weißt du was? Die schauen wir uns wieder ab. Hey, liebe Sexta, hier vom TV-Poschbe, wir werden Sie unverantwortlich frei mit den Kompetenzen zu tun in die Oberpfalte an unserer Heizendrinne. Wir sind ein bisschen am Umbau mit seltsamen Geräuschigkeiten. Wenn Sie kurz, versprich ich euch mit dieser Kabine, blau-weiß, extra für euch gesprichen. Carsten Wettbewerb, Thomas Zimmer, bitte alle heißen Gipfer, also ich komme wieder an den TV-Poschbe. Und wir haben Löwen-Poschbe. Schaut euch! Ja, was für ein lustiges Video. Vielen, vielen Dank nach Paarsberg für die Einsendung dieses lustigen Videos. Es gibt noch eine zweite Mannschaft, die wir in die Verlosung mit reingenommen haben. Und da ist der Grund leider kein lustiger. Da gab es im Umfeld des Vereins einen großen Schicksalsschlag für eine Familie. Der ganze Verein hilft zusammen, und zwar ist es in Peterskirchenbaumgarten. Und alle zusammen unterstützen diese Familie, versuchen zu helfen, so gut es eben nur geht. Und auch das mögliche Legendenspiel wäre dann ein Benefizspiel, um die Familie zu unterstützen. Und auch das war uns Anlass genug, dass wir gesagt haben, da wollen wir gerne helfen, wenn es irgendwie geht. Vielleicht geht das Legendenspiel ja auch nach Peterskirchenbaumgarten. Dann wäre der Familie sehr damit geholfen. Ich denke, da sind alle einverstanden damit. Wir haben jetzt eine schöne Auswahl an zehn Vereinen. Wo fahren wir hin? Ja, das ist eine tolle Sache, finde ich auch, was da gemacht worden ist. Also Paarsberg an der Autobahn noch dazu. Günstig gelegen. Günstig gehe ich gut aus, genau. Also der Gewinner wird natürlich durch ein SMS-Voting ermittelt. Und dann wissen wir ganz genau, wer letztendlich im Mai dann den Jackpot zieht und wo unsere Legenden dann spielen. Du bist auf jeden Fall mit dabei an der Seitenlinie, oder? Oder bist du quasi in Doppelfunktion auch auf dem Platz wieder mit dabei? In Doppelfunktion. Ich bin Kapitän und da werde ich mit Sicherheit mindestens 50, 60 Minuten spielen. Ja, das ist eine tolle Ankündigung. Alle Löwen haben es ja vielleicht gesehen bei LöwenTV, auch damals in Eigen letztes Jahr im September. Warst du ja auch in Doppelfunktion. Warst auf dem Platz und hast dann die Mannschaft hervorhergekommen. Also nicht selber, da lege ich Wert drauf, sondern mein Chef hat mich dazu. Du bist der Kapitän, also musst du auch spielen. Ist nicht selbstverständlich mit guten 80 Jahren, aber macht natürlich einen Heidenspaß mit solchen Fußballern auch einmal in einer Mannschaft zu spielen. Genau. Wir sind froh, dass du noch so rüstig bist und entweder mit den Jungs gleich selber auf den Platz kriegst oder die dann eben trainierst. Das sind tolle Namen dabei. Waren in Eigen auch schon. Benni Laut, Bernhard Winkler. Wir haben einen tollen Torwart gehabt. Manuel Baum. Manuel Baum, ja. Genau. Und auch sonst viele, viele bekannte Namen aus unserer Löwenfamilie. Jan Mauersberger darfst du natürlich nicht vergessen, weil der organisiert das Ganze immer. Und auch selber mitgespielt. Und auch selber mitgespielt. Deswegen freuen wir uns sehr. Nach der SMS-Entscheidung wissen wir dann, wer es wird. Ende April ist dann die Bekanntgabe. Und dann lasst uns überraschen, wo es hingeht, oder? Ja, und auch die Termine. Weil ja die meisten Spieler, die spielen irgendwo noch anders. Genau. In der Aha-Mannschaft oder bei den Sternstunden und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir vom Jan bald die Termine haben. Ende Mai wird es dann soweit sein. Da wird dann unsere Legenden-Mannschaft, die Löwenlegenden, mit dir zusammen auf Gegnersplatz antreten. Und dann hoffen wir, dass das ein schönes Event wird. Wir wünschen euch alles Gute. Allen zehn Teilnehmern, bleibt dabei. Und wir sagen Danke an die Bayerische, an FUPA und an dich fürs Dasein. Herzlichen Dank. Selbstverständlichkeit. Für mich eine Ehre, dass ich das machen darf. Verzeihung. Macht es gut und viel Glück. Nichts. Ja das ist gut. Väских hat es gut. Västeig. Für mich eine Ehre, dass wir uns schthusen. Eine Säge, die Leidöckung, das ist ein Blatt ab.